Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Hypothese Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Eine Hypothese kann durch wiederholte Tests und Beobachtungen bestätigt oder widerlegt werden. Eine Hypothese kann durch wiederholte Tests und Beobachtungen bestätigt oder widerlegt werden. Forscher müssen präzise Hypothesen formulieren, um präzise Schlussfolgerungen ziehen zu können. Forscher müssen präzise Hypothesen formulieren, um präzise Schlussfolgerungen ziehen zu können. Hypothesen helfen, wissenschaftliche Fragen zu beantworten und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Hypothesen helfen, wissenschaftliche Fragen zu beantworten und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wissenschaftliche Entdeckungen werden oft durch das Testen von Hypothesen gemacht. Wissenschaftliche Entdeckungen werden oft durch das Testen von Hypothesen gemacht. Hypothesen sind grundlegend für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Hypothesen sind grundlegend für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Hypothesen sind grundlegend für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Forscher arbeiten ständig daran, Hypothesen zu entwickeln und zu überprüfen, um unser Verständnis der Welt zu vertiefen. Forscher arbeiten ständig daran, Hypothesen zu entwickeln und zu überprüfen, um unser Verständnis der Welt zu vertiefen. Forscher arbeiten ständig daran, Hypothesen zu entwickeln und zu überprüfen, um unser Verständnis der Welt zu vertiefen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf den Weg im Auftrag des WDR Vielen Dank.